Du willst wirklich nicht mitkommen, Lisa? Mit dir wird es viel schöner. Nein, ich habe echt keine Lust. Die letzten Wochen waren voll anstrengend. Ich will einfach mal chillen. Okay, und das mit Luca geht klar. Du kannst alleine auf ihn aufpassen. Ja, das schaffe ich schon. Er ist ja nur ein Baby. Was kann da schon passieren? Okay, wenn du das sagst. Lisa, kommst du mal bitte? Ich will nur etwas zeigen. Meldet euch mal, wenn ihr angekommen seid. Das machen wir. Bis bald, Lisa. Ja, Mama? Ich habe Luca gerade etwas Milch gegeben. Er wird gleich einschlafen. Wenn er aufwacht, musst du ihn wieder füttern. Einfach mit Haarmilch, oder? Nein, mit dem Babybrei im Kühlschrank. Ach so, ja, den meinte ich. Wenn er weint, dann hat er entweder Hunger, oder? Oder was? Oder du musst deine Windel wechseln. Das schaffst du, oder? Ja, ich denke schon. So schwer kann das nicht sein. Ich denke, ihr werdet zusammen Spaß haben. Ja, bestimmt. Wenn irgendetwas ist, dann ruf mich einfach an, okay? Okay, Mama. Wenn irgendetwas ist, dann ruf uns bitte an, Lisa. Jetzt macht euch nicht so viele Sorgen. Ihr seid ja nur zwei Tage weg. Hier ist noch etwas Geld für Essen und Notfälle. Cool, danke, Papa. Das reicht ja für einen Haufen Cheeseburger. Ja, aber ein doppelter Cheeseburger ist kein Notfall. Wir müssen jetzt los, ansonsten kommen wir zu spät. Brauchst du noch etwas, Lisa? Nein, danke. Ich habe alles. Wir sehen uns Dienstag. Okay, dann fahren wir los. Sehr gut. Luca schläft tief und fest. Jetzt kann ich mich endlich etwas entspannen. Mal schauen, was so im Fernseher läuft. Oh nein, Luca ist aufgewacht. Er hat bestimmt Hunger. Wart hier, ich bring dir sofort etwas zu essen. Das hier muss das Richtige sein. Was ist das für ein Geschmack? Rote Beete und Babykeks. Klingt voll lecker. Das schmeckt ihm bestimmt. Ich komme ja schon, Luca. Es funktioniert. Er weint nicht mehr. Ich bin der Babynator. Glaubst du wirklich, Lisa kommt zurecht? Ja, warum denn nicht? Ich mache mir irgendwie Sorgen um sie. Was, wenn hier etwas passiert? Oder Luca? Ach, mach dir nicht so viele Sorgen. Lisa ist 14 Jahre alt. Sie schafft das schon. Sehr gut, Luca. Ist schön weiter. Jetzt kann ich endlich meine Serie schauen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Er hat doch gerade noch geschlafen. Was hast du denn, Luca? Hat der Babybrei nicht geschmeckt? Oder hast du immer noch Hunger? Nee. Warum stinkt es hier auf einmal so? Oh nein, ich muss deine Windel wechseln, oder? Komm, ich bring dich hoch ins Bad. Brother, das ist ja widerlich. Wie kann das so klein sein und so heftig stinken? Ich schaffe das nicht. Ich werde gleich ohnmächtig. Bestimmt habe ich eine Pupsvergiftung. Reiß dich zusammen, Lisa. Das ist dein Bruder. Du schaffst das. Schauen wir uns das Ding einmal an. Ich packe das nicht. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Wollen wir Lisa mal anrufen? Jetzt schon? Wir sind doch erst seit 30 Minuten unterwegs. Ja, aber ich mache mir Sorgen. Ich will nur kurz schauen, ob alles okay ist. Ja, okay. Dann ruf sie kurz an. Komisch. Sie geht nicht ran. Das ist kein gutes Zeichen. Irgendetwas stimmt nicht. Jetzt entspann dich mal, Marie. Bestimmt, dass sie nur kurz mit Luca spazieren. Ich bin mir sicher, dass es ihr und Luca gut geht. Damit hast du nicht gerechnet, Kackhaufen. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin auf alles vorbereitet. So, und jetzt raus mit dir. Du hast meinen Bruder lange genug geärgert. Verschwinde von hier, Kackhaufen. Und komm ja nie wieder. Hey, das war einfach als gedacht. Ich bin stolz auf mich. Ich muss wieder zurück zu Luca. Er braucht noch eine frische Windel. Was ist das denn? Da ist ja noch ein Haufen. Wie kann das sein? Ich war doch nur fünf Minuten weg. Okay, die zweite Runde beginnt. Ich bring dich raus und wechsle nach Lukas Windel. 30 Minuten später. Endlich ist es vorbei. Das war echt anstrengend. Aber jetzt geht es dir gut, oder Luca? Sehr gut. Dann kann ich mich endlich entspannen. Mann, kann ich nicht einmal meine Ruhe haben? Hallo, wer ist da? Hey Lisa, ich bin es. Ist alles okay? Oh, hey Mama. Ja, es ist alles okay. Wirklich? Du hörst dich so gestresst an. Nein, es ist alles gut. Ich habe Luca schon gefüttert. Und seine Windel habe ich auch gewechselt. Er ist gerade das glücklichste Baby auf der Welt. Super, Lisa. Ich bin stolz auf dich. Wenn du irgendetwas brauchst, dann melde dich einfach. Mach dir nicht so einen Kopf. Luca ist ein liebes Baby. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, super. Ich melde mich in ein paar Stunden wieder. Okay, Mama. Bis gleich. Jetzt bitte lasst mich einmal meine Ruhe haben. Ich will nur einmal kurz meine Serie schauen. Das darf doch nicht wahr sein. Immer wenn ich deinen Fernseher mache, weint er. Was ist denn jetzt schon wieder? Nein, das kann nicht sein. Du hast doch vor kurzem erst gegessen. Aber du bist gerade am Wachsen. Vielleicht musst du echt schon essen. Komm, ich nehme dich mit in die Küche. Na dann schauen wir mal, was wir so haben. Hier ist ein Babybrei mit Karotten- und Möhrengeschmack. Willst du den? Nee. Das dachte ich mir. Das Zeug würde ich auch nicht essen wollen. Vielleicht haben wir noch etwas anderes. Hier ist noch etwas. Das ist Banane- und Mangogeschmack. Möchtest du das essen? Nee. Das war klar. Warum gibt es keinen Babybrei mit Cheeseburger-Geschmack? Den wird er auf jeden Fall essen. Aber wenn du keinen Hunger hast, was hast du dann? Vielleicht ist deine Windel wieder voll. Aber diesmal bin ich vorbereitet. Der Kakao hat keine Chance. Na dann schauen wir mal uns an, mit was wir es dort hier zu tun haben. Komisch, hier ist nichts. Aber warum weinst du dann? Ist das hier der richtige Weg? Keine Ahnung. Google Maps sagt, ich soll hier langfahren. Ja, aber ich habe hier nicht einmal Netz. Das macht keinen Sinn. Du weinst, aber du hast keinen Hunger. Und deine Windel ist auch nicht voll. Was ist dann dein Problem? Ich werde Mama anrufen. Sie weiß bestimmt, was du hast. Der Teilnehmer ist momentan nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Okay, dann warten wir einfach etwas ab. Vielleicht hörst du noch ein paar Minuten auf zu weinen. 30 Minuten später. Er weint immer noch. Und ich habe schon alles probiert. Was soll ich nur machen? Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß, was ich mache. Emilio hat einen kleinen Neffen. Er kann mir bestimmt helfen. Ich kann Emilio herkommen und mir helfen. Dann können wir auch etwas Zeit miteinander verbringen. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Ja, hallo? Hallo Emilio, ich bin es, Lisa. Hey Lisa, ich kann gerade nicht. Er hat einfach aufgelegt. Was ist mit dem denn los? Luca weint immer noch. Was soll ich jetzt nur machen? Hey Lisa, alles klar bei dir? Markus hat mir geschrieben. Nein, mir geht es gar nicht gut. Luca weint die ganze Zeit und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hast du ihn schon gefüttert? Vielleicht hat er Hunger. Ja, das habe ich versucht, aber er wollte nichts essen. Okay, hast du seine Windel angeschaut? Vielleicht muss man die Windel wechseln. Nein, da war nichts. Komisch, dann will er etwas anderes. Ich halte es nicht mehr aus, Markus. Er weint die ganze Zeit. Ich komme zu dir. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Okay, danke Markus. Hoffentlich finden wir raus, was Luca fehlt. Die arme Lisa. Sie ist ganz allein. Warum hilft Emilio ihr nicht? Ich bin gleich bei dir, Lisa. Danke, dass du gekommen bist, Markus. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch machen soll. Kein Problem, Lisa. Wo ist er? Im Wohnzimmer? Ich höre es schon. Gehen wir zu ihm. Ich habe wirklich schon alles versucht. Er hört einfach nicht auf. Lass mich kurz überlegen. Kalt ist ihm nicht. Ich weiß etwas. Habt ihr hier irgendwo ein großes Bett? Ja, im Schlafzimmer von meinen Eltern. Okay, wir bringen ihn dorthin. Was hast du vor? Das siehst du gleich. Komm mit. Was machst du jetzt mit ihm? Ich lege ihn aufs Bett. Und dann gebe ich ihm mein Spielzeug. Krass. Du hast es geschafft. Er weint nicht mehr. Wenn er glücklich ist, bin ich es auch. Was machen wir jetzt? Wir können ihm etwas spielen lassen. In einer halben Stunde geben wir ihm etwas zu essen. Okay, dann gehen wir erst mal runter. Wo hast du so viel über Babys gelernt? Ich habe einen Neffen. Er ist jetzt zwei Jahre alt. Er war genau wie Luca. Ich hoffe, Lisa ist nicht sauer. Ich musste vorhin auflegen. Ansonsten hätte sie etwas gemerkt. Ich habe eine Überraschung für sie. Das wird dir auf jeden Fall gefallen. Ich bin dir so dankbar, Markus. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Kein Problem, Lisa. Ich werde immer für dich da sein. Im Gegensatz zu anderen. Wie kann ich dir dafür danken? Ach, gib mir einfach eine Umarmung. Ist das etwa Markus? Was macht er denn bei Lisa? Markus, du bist ganz schön nah. Ich will nie wieder weiter weg von dir sein. Was hast du vor? Mach einfach kurz seine Augen zu. Okay. Du hast mich geküsst. Hat es dir nicht gefallen? Ich bin mit Emilio zusammen. Ich kann es nicht glauben. Lisa hat mich betrogen. Das wird noch ein Nachspiel haben. Frage an euch. Wie viele Sorten Babybrei sind im Kühlschrank? A. 3 B. 4 oder C. 5 Schreib einen Kommentar und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.